Liebe Fans von Borussia Mönchengladbach, bei unserem Lieblingsverein schrillen die Alarmglocken. Nach fünf sieglosen Spielen in der Bundesliga brachte die 0-2-Niederlage gegen Leipzig am vergangenen Samstag, 17. Februar 2024 eine neue Sorge in unsere Saison. Borussia-Ikone Lothar Matthäus hat bei der Analyse der Leistung unserer Mannschaft in Leipzig keine Kritik gescheut. Für den Weltmeister von 1990 ist es an der Zeit, sich der harten Realität zu stellen, der Kampf gegen den Abstieg wird immer greifbarer. Unzureichende Leistung, warnt Matthäus. In einer scharfen Analyse nach dem Spiel zögerte Matthäus nicht, die von ihm auf dem Platz beobachteten Mängel hervorzuheben. Die heutige Leistung war nicht genug. Mir haben die Aggressivität, die Kompaktheit und die Kreativität gefehlt, sagte die Fußball-Ikone. Er äußerte sich besorgt über die bevorstehenden Begegnungen, insbesondere gegen Abstiegsteams wie Bochum, Mainz und Köln. Punkte müssen gesichert werden. Da Bochum, Borussias nächster Gegner, punktgleich gegen Bayern München antritt, wird die Notwendigkeit, Punkte hinzuzufügen, noch dringlicher. Matthäus betont, dass es entscheidend sei, sich der Realität bewusst zu werden und in der Bundesliga einen Schritt nach vorne zu machen, um sich einen Vorsprung gegenüber dem Abstiegsplatz zu sichern. Jetzt sind Sie, leidenschaftliche Fans von Borussia Mönchengladbach, an der Reihe. Wie beurteilen Sie die Leistung der Mannschaft gegen RB Leipzig und die von Matthäus geäußerten Bedenken? Was erwarten Sie von den nächsten Zusammenstößen? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und unterstützen Sie gemeinsam die Borussia im Kampf gegen den Abstieg. Freunde, ab sofort steht uns der Mitgliederbereich zur Verfügung, damit ich weiterhin daran arbeiten kann, euch jeden Tag mit allen Neuigkeiten unserer geliebten Borussia zu versorgen. Dank im Wohaus.